Jule und Amelie wollten unbedingt, dass ich bei diesem Wurfstand mal ein Glück probiere und ihnen ein Kuscheltier gewinne. Diesen Wunsch wollte ich ihnen nicht verwehren und habe mir vier Würfel gekauft. Trotz aller Anfeuerungen war ich leider zu schlecht. Aber Hasenko war cool und hat mir einen fünften Wurf geschenkt. Und damit habe ich tatsächlich getroffen. Deswegen an dieser Stelle nochmal danke Hasenko für den tollen Support.